Hi, wir sind heute auf dem 22. Riedentreffen. Kurz zur Erklärung, willst du es erklären? Ja. Machst du? Ja, ja, Eddie. Eddie? Okay. Ah, Chris, Entschuldigung. Okay, und zwar ist es ein Riedentreffen. Das heißt, da treffen sich alle Rieden weltweit. Ich glaube, es gibt 1,5 Millionen Rieden zur Zeit. Alle Rieden, alle Dörfer treffen sich da. Hier in diesem Rieden. Es gibt 15 Rieden, wollte ich sagen. Es gibt 15 Rieden? Ein bisschen übertrieben, ne? 15 Rieden und die machen eine fette Party mit uns heute Abend. Das finde ich richtig geil. Und zwar das 22. 22. Berlin ist informiert. Die reisen hier mit großen an. Alle haben ihre Gruppen T-Shirts. Total witzig. Auf dem einen steht drauf, tschüss Niveau bis Montag. Geil, oder? Hat was. Ich finde es schön. Hat was, ich freue mich drauf. Willst du auf so ein T-Shirt? Äh... Komm, wir gehen ins Riedert holen. Ja. Viel Spaß. Hallo. Komm schon. Ja. Höchstliche Grauen zum Rieden 2011! Ich darf euch sagen, wir sind dieses Jahr wieder holzählig. Alle sieben Rieden sind da. Ja. Ich darf. Wieden Ausbeschwein. Wieden Götzko. Wieden Rosigabe. Wieden Eifel. Wieden Götzko. Wieden Rosigabe. Wieden Eifel. Wieden Eifel. Hier, hier! Ja, wenn Dacsoe! Ja, wenn Dacsoe! Ja, wenn Dacsoe! "... Schampons." Hier! Für die zuh, für ihr stähling! Können Sie mal gutziehen? Ja, sagt ihn! Richtig auf den Arsch hauen, richtig auf den Arsch hauen. So mit der flachen Hand. Nein, ich kriege die Tür! Ja, du bist englisch! Doch, 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 doch! Ah, du bist gehst links! Ah! Ah! Okay, eat it! Ah! Jake! Ah! 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 Alex im Garten und das ist der junge Mann im gelben T-Shirt da hinten. Ein Cola-Mix-Getränk hat jeder in der Hand und wird ein sehr gechillerer Abend. Ein Cola-Mix-Getränk hat jeder in der Hand. 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 Sehr geil, das Wochenende geht langsam zu Ende. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Bis bald!